Ich glaube nicht, dass ich dem gewachsen bin. Ein Monster. Sie scheinen mir einen überraschenden Hang zu Monstern zu haben. Was für ein Monster? Überraschung! Eine Überraschung ist, wenn ich dem im Base in deinen Kopf einwichse, Junge. Das Sexualverhalten eines Monsters zeugt oft von äußerst überraschender Brutalität. Ach du Scheiße, nee. Hm? Penny? Komm mal mit, du Penner. Hm? Hä? Äh, Junge, echt jetzt, weißt du? Hä? Äh? Äh... Äh... es ist jetzt wieder wenn ich heiße und dann immer der monster sein wir müssen uns an den abstechen junge das hätte ja wohl wenn ich dich dann im Haus reif haue und ihm dann einen riesen Zähnen ausdrehe na Junge ich habe diesen Hals zu Scheiße ich habe das Monster gesehen es hat jetzt Angst also ich kann das die Ohr fangen mit der Faust ins Gesicht ich war ein Siegern der bin ich ich war doch nur ein Riesenspaß äh 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 hm ist hier irgendeiner da einen in die Schnauze will ich bin ein ganz gemeiner Schläger äh 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 Wo krieg ich mal da so ein Megasin hier. Weißer, ich werde auch ein Grampi. Ah, ich will nicht genau den Ballen aufnehmen, mit dem Scheißer. Hallo, Gabyang. Du bringst mich echt noch in den Grab, jung. Du bringst mich noch in den Grab, jung. ich haue weißt du willst du willst du bist aber ein süß erfreut ich bin du kannst du deine hausse unterlassen da ich will deine eile ich will deine hausse unterlassen so ziemlich wie der ist hätte ich dir schon längst aus dem g-stor aus dem g-stor, oh vater er hat mich aber jetzt nicht ja erst rein, richtig das wird auch langsamer zeit jungen da kann ich da jetzt echt nicht annehmen ist er doch vollständig sicher so jetzt passen wir auf hier das ist die rennstrecke jonge weil ich fahr mal hier runter dann hin und die kurve bis wir dann hin und in die Ecke angekommen und zur Rücke wäre geil aber ich hab keine Zeit jonge das ist jetzt auch was nicht ähm, hast du irgendwann mal dass ich keine Zeit hab? das ist kein Sinn so Schiss will ich nicht hören und du komm jonge ja, Vater und jetzt gib mir ja kein Video wo ich aufs festet links und rechts und rechts malwann hast du aber in den ganzen Jahren nicht verlernt Becky wie geil wie geil wie geil wie geil wie geil Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020